So, da sind wir schon bei der nächsten Aufgabe. Heiler ein Teammitglied mit einem knisterten Lagerfeuer in verschiedenen Matches. Bedeutet wieder, ihr müsst definitiv drei Runden spielen. So, wir gehen schon mal direkt auf Teamsuche. Leider habe ich keinen dabei. Ich sage, wir werden wahrscheinlich die meisten Aufgaben am Samstag dann im Livestream fertig machen oder halt am Sonntag, aber ich denke mal Samstag kriege ich schon hin. Weil hier vernünftige Teams zu bekommen ist fast unmöglich. Und nur im Duo ist es halt auch nicht so leicht. Aber das werden wir dann denke ich mal zusammen hinkriegen. Ich denke mal, da werden einige Probleme haben. So, ihr wisst ja, Ladebildschirm gleich, Likezeit, Kommentierzeit. Und wenn du auch kein Abonnent bist, hau jetzt dein Abo raus, wenn ich dir bisher schon irgendwie in irgendeiner Art und Weise helfen konnte. Dann seht ihr unten den Passive-Code, der ist wieder neu. Heißt, der Code wurde geknackt. Als kleiner Hinweis, die nächste Zahl gibt es bei 150 Abonnenten dann. Und wenn du wissen willst, wie das alles so funktioniert, guck einfach unten in der Videobeschreibung. Da ist dann ein extra Video gemacht, wo ich mich einmal vorstelle und genau erkläre, wie du die 10 Euro gewinnen kannst. So, dieser Baby-Good-Player, der war doch eben schon bei mir in der Lobby. Und ist dann abgehauen, glaube ich. Sicher bin ich mir jetzt nicht. Ich will jetzt hier nichts Falsches sagen. Ach, Tilted, was wollt ihr denn Tilted? Na komm, probieren wir mal eine Tilted-Runde. Wird zwar mit dem Lagerfeuer jetzt ein bisschen schwierig. Aber, wie gehabt, einer, und die simpelste Variante würde ich sagen, ist einer springt von der Klippe, holt sich ein bisschen Schaden, ihr geht ans Feuerwerk, ach Feuerwerk, ans Lagerfeuer und heilt euch. Das ist die simpelste Variante. Ich kann es jetzt leider nur wahrscheinlich nicht vorführen. Ich habe es zwar jetzt eben einmal schon bekommen, weil es irgendeiner in der Gruppe gemacht hat, was ich aber irgendwie überhaupt nicht verstanden habe. Weil weder hat irgendeiner Schaden gehabt vorher. Da, das funktioniert. Ich weiß nicht, warum das hier so ist. Alles schön, das war es einmal hier komplett. Ja, toll, zwei Jagdgewehr. Nein, da ist hier so nicht euer Ernst, oder? Eine Falle kann man ja auch nicht platzieren. Krass, die sind ja alle dauernd. Da, der kleine Vuddeler. Jetzt hat man die Frage, helfen die dem oder nicht? Das ist nicht. Winkentlich ist einer, der noch auf R dabei. eine sache ist hier ist alles nicht leicht mit team modus ist echt so los alles easy machbar wenn es ums team geht er ihr merkt es echt warum das im lagerfeuer zu war weiß savi kuh komm her schnell komm her ja was soll ich denn da machen übertreibt es doch aber ihr habt gesehen ich bin jetzt schon wieder in der zone nur gelandet und schon wurde die aufgabe geschafft wir probieren es einfach noch ein drittes mal weil das wundert mich nämlich gerade selber ich bin eben habe ich die aufgabe auch erst bekommen und da hat es nämlich auch schon gezählt also so und da sind wir in lucky landing gelandet warum das so ist keine ahnung gehen direkt noch mal rein kommt mir echt ein bisschen komisch vor so denn die bugs gab es schon gibt es den nächsten skin machte bei stufe sind wir dann 87 vor allem wie schnell der season pass rum ist ja beziehungsweise die season an sich das kommt mir gar nicht so lange vor wo ich geguckt habe 50 tage youtube fast gemacht dann erklärt sich das ganze doch schon selber so mal gucken was wir jetzt für eine gruppe kriegen als sache die gruppenaufgaben hinzukriegen ist echt nicht einfach so gott kommen die denn her anke blu pikachu und hannin ja bruder muss los immer stumm schalten die fangen auch einfach an zu quatschen so mir ist egal wohin weil eben auch mein dings bekommen und daher probieren uns einfach noch mal da ist überlegen für diese gruppen aufgabe mit feld für fünf leuten ob das hier denn nicht sogar wirklich sinnvoll ist voll ins gemenge rein bis es irgendwann funktioniert fünf kels sind halt eine menge holz soeben sind gerade reingekommen warum das funktioniert keine ahnung ganz ehrlich ja wir sollten schon ein bisschen zusammenfliegen ja alle wollen dass der schreck der war lecker sie ist ja die gruppe ist schon wieder dauern aber ihr habt gesehen fliegt einfach quasi dann dreimal nach tiltet schon ob das weil ich habe jetzt auch nichts anderes gemacht wieso weshalb das jetzt gezählt hat keine ahnung wir gucken auch noch mal ob es wirklich gezählt hat match verlassen somit ich damit schon helfen konnte ihr wisst ja liken kommentieren wenn auch kein abonnent bis dann so ich hoffe das hat gezählt das wäre noch nicht nice gezählt also fliegt dreimal nach tiltet und schon ab das geschafft in dem sinne ich hoffe ich konnte euch helfen und bis zur nächsten aufgabe und denkt dran jeder abonnent hilft weiter was den code betrifft also das ist so schneller wir wachsen ich wachse desto mehr geld bekommt ihr in dem sinne haut aber jetzt wirklich rein